Kinder, ich packe euch schon mal die Bürozeit für Schule im Kindergarten ein. Einmal Schule und Kindergarten. Komm. Tschüss, Papa. Tschüss. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Viel Spaß. Okay. Hallo, Herr Lehrer. Setz dich bitte hoch. Wir begrüßen heute einen neuen Schüler. Er heißt Tim. Seid bitte nett zu ihm und begrüßt ihn auch freundlich. Tim, du kannst jetzt reinkommen. Hallo, ich bin Tim und ich bin 50 Jahre alt. Setz dich bitte neben Lisa. Hallo. Hallo, ich bin Lisa. Wer kann mir bitte diese Frage beantworten? Ich bin nicht. Ich bin. So. Alles. Diese Frage. Ich, 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 ich. Komm bitte vor. Ich, 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 ich. Ich, 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 ich. Ich, ich, ich. Tim kommt dir vor. Acht. Richtig. So. Hallo. Hallo. Tschüss. Tschüss, Mama. Hallo. Ich gehe dann wieder. Tschüss, mein Schatz. Okay, Kinder. Sind alle da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Und wie läufst du mit dem Aufräumen? Ja, ich habe doch ein paar Autos. Ich helfe dir mal. Also, Kinder, ihr dürft jetzt spielen gehen. Geht ihr? Ja. Kannst du uns ein Buch vorlesen? Okay, setz euch hin. Ja. Oh, da hinten liegt ein Flugzeug. Hey, du hast mein Autos, das gehört. Toll, die Gung. Das willst du mir durch. Wer kann mir bitte diese Frage beantworten? Ich, ich, ich. Komm vor, bitte. Das ist doch Pipi. Oh, da ist es doch Pipi. Das ist... 18. Voll. Hä? Das ist nicht 18. Was dann? Kannst du dich bitte wieder setzen? Okay. Paul. Gib her. Vier. Hat heute... Da hat niemand die Hausaufgaben gemacht. Ich? Dann komm bitte vorsagen. Okay. Was soll das bedeuten? Äh. 16. Das ist richtig. Kann sich bitte wieder setzen. Okay. So. Und jetzt? Wer kann mir bitte diese Aufgabe beantworten? Ich, 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 ich. Oh Gott, der ist bestimmt auch schlau. Ja, so süß wie der aussieht. Okay, beantworte mir bitte die Frage. Das ist Pippi. Einfach noch den Null dahinten hin. 80. 4 plus 4 ist ja 8. Das ist gut. Mhm. Da muss ich dir recht geben. Kann sich wieder setzen. So. Ich schlauze die mal ein. Das ist gut. Gut, ein dicker Erdbeeren. So, dann nochmal. Wenn sie nicht gestorben sind, dann liegen sie noch heute. Das war toll! Ja. Komm, geht doch mitspielen. Okay. Ich mach spannende Musik. Das war witzig. 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 Kinder, ihr habt jetzt Pause. Und nach der Pause machen wir mit Deutsch weiter. Ja, Pause! Ich habe heute ein Brot dabei. Oh, lecker. Ich bin so schön. Meine Mama hat mir... Ach, zum Glück hat sie mir ein Essen eingewachsen. Ich habe heute ein Käsebrot dabei. Ein bisschen Bananenbrot. Ich habe ein Ei dabei. Komm, wir spielen noch ein bisschen. Ja. Also, du bist Tim. Mhm. Ich bin Tom. Nick und Paul. Sollen wir Freunde sein? Mhm. Okay, von mir aus. Okay. Ich schlage mal Freund in meinem Buch nach. Das ist ein kleiner Null. Ah, okay. So. Okay. Gibt's. Mhm. Was hast du denn dabei? Das ist ein Lufterfischer. Du, 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 du. Jetzt ist er leer. Oh, cool. Ah. Oh, ich möchte auch mal. Das ist ja cool. Ja, ich weiß. Aber wir lassen das lieber mal drin. Sonst wird das Haus noch zu gut riechen. Ah, okay. Was quatschen wir denn da hinten? Weiß ich nicht. Wollen wir mal gucken? Mhm. Geh los. Mädels, was macht ihr da? Äh, äh, nix, nix, nix. Äh. Belauschen ist hier voll nicht erlaubt. Wir belauschen nicht. Das ist knapp. Das war ein bisschen. Ja, dann. Ja, ich hab'n Plan. Sarah? Was? Es ist... Du musst jetzt ihm sagen, dass du mit ihm, ähm, was machen musst. Nein, das mach' ich ganz sicher nicht. Jetzt komm. Ähm. Nein, das mach' ich nicht. Bitte, Lisa. Nein! Mach du das. War deine Idee. Na gut. Hey, ich muss mit dir noch was machen. Was denn? Komm mit. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Über was habt ihr da geredet? Über Luft auf. Frischer. Ah, okay. Pause vorbei! Kinder, bringt bitte eure Bücher mit. Ich hab' noch eins. Oh, danke. Kommt, bitte alle. Kinder, ihr könnt essen kommen. Gut. Und? Okay. finally. bis going. Die Linke. Bis big. Bis big. Bis big. Am I? Bis big. So, ich tu das doch ein bisschen spiel und dann kommt eh schon eure Mamas und Papas, Oma, ich weiß es, oder wer immer euch auch abholt. Okay. So, ich weiß es, oder wer auch abholt, oder wer auch abholt, oder wer auch abholt, oder wer auch abholt. So, wir machen jetzt den Satz des Tages. Bitte zu zweimal sage ich es, einmal sprechen wir mit, einmal für dich alleine und dann schreibst du es auf. Lisa spielt gerne Puppen. Ich spiele nicht gerne Puppen. Okay, nochmal. Lisa spielt gerne Puppen. Nochmal, wir zusammen. Lisa spielt gerne Puppen. Gut. Und jetzt, nochmal für dich alleine. Lisa spielt gerne Puppen. Und jetzt schreibt es auf. Lisa spielt gerne Puppen. Lisa spielt gerne Puppen. Lisa spielt gerne Puppen. Ich glaube, ich habe meinen Stift rausgegeben. Ich habe meinen Stift rausgegeben. Ich habe meinen Stift rausgegeben. Lisa spielt gerne Puppen. Schule aus. Schule aus. Ja. So. Warte auf mich. Ich komme. Okay, jetzt können wir heimlaufen. Tschüss. Tschüss. Hallo Mama. Hallo mein Schatz. Und wie war die Schule? Gut. Guck mal, was du auf einmal auf hast. Ja, nicht so viel. Ich muss dann noch kurz die Kleine abholen. Ja. Tschüss Mama. Gut. Mama. Hi Mama. Vergessen Sie Ihren Kindergarten. Sag mich. Und hat sie alles aufgesessen? Ja, sogar brav. Sag Tschüss. 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 Wir müssen ganz lang fahren. Mhm. Jetzt sind wir zu Hause. Wir sind wieder da. Hallo. Hallo. Ich mache mal Mittagessen. Okay. Okay. Also. Also. Ich gehe erst mal auf den her. 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 Und. Gut. 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 Gutti gutti. So. Kommt ihr essen? Das hat mir wieder lecker geschmeckt. So, Schnuller wieder rein. Gut. Dann abspülen. Mach ich. Tu da schon mal deine Hausaufgaben machen. Okay, mach ich. Später kommt der nächste Teil. Tschüss. Kiss.